Ich bin Nadine Zunker. Und ich bin Shwana Heydrich. Zusammen bilden wir Schweizer Beachvolleyball-Nationalteam Heydrich Zunker. Und unser grösster Erfolg letztes Jahr war der Sieg am Open in China. Das Schwierigste im Sport ist, immer wieder mit den Druck-Situationen umzugehen. Verlieren kann man genauso dazu wie gewinnen. Und ich glaube, damit gut umzugehen, das ist die grösste Challenge. Mein Ritual vor dem Spiel ist, dass ich meistens Musik höre und ein Handy-Spiele spiele. Als Glücksbringer habe ich diverse dabei. Der Wichtigste ist eigentlich ein Mischchenchen, das ich vor dem Halbfinale im Sand habe gefunden. Gewohnheit Werbeben Nehru Untertitelung des ZDF, 2020